Neben der Verwendung der unterschiedlichen Datentypen, die wir in dieser Reihe schon kennengelernt haben, gibt es in C auch die Möglichkeit, neue, eigene Datentypen zu definieren. Der einfachste Datentyp, den man selber anlegen kann, ist ein Aufzählungsdatentyp, um den es hier geht. Das Schlüsselwort für die Definition eines Aufzählungsdatentyps ist Inam. Damit beschreibt man eine endliche und diskrete Menge von Werten, zum Beispiel eine Menge von Farben. Hier haben wir eine Menge, in der die Farben Rot, Gelb und Grün enthalten sind. Um diese Menge als Datentyp im Programm abzubilden, ergänzt man das Schlüsselwort Inam, um einen frei zu wählenden Bezeichner für den Datentypen. Hier erzeuge ich einen Aufzählungsdatentyp Inam-Farbe. Dahinter in geschweiften Klammern werden dann Bezeichner der Elemente der Menge geschrieben, also zum Beispiel Rot, Gelb, Grün. Damit ist dieser Datentyp auch schon definiert und man kann eine Variable dieses Typs anlegen. Das mache ich jetzt hier in der Main-Funktion. Dabei ist zu beachten, dass der Name dieses Datentyps nicht Farbe ist, sondern Inam-Farbe. Den Variablen-Namen kann ich dann frei wählen, wobei die üblichen Beschränkungen bei der Vergabe von Variablen-Namen eben gelten. Diese Variablen können dann bei der Deklaration auch wie gewohnt initialisiert werden, zum Beispiel so. Dabei weist man der Variablen also einen Wert aus der oben definierten Menge zu. So, den Wert dieser Variablen gebe ich dann in einem printf einmal aus. Hier sieht man jetzt, dass hinter den Bezeichnern der Elemente aus der Menge des Datentyps eigentlich nur Integer-Werte stecken. Diese Bezeichner sind also nur Symbole, in denen Konstanten dann definiert sind. Und das sieht man auch in Visual Studio zum Beispiel, wenn man mit dem Cursor über die Bezeichner fährt. Rot steht also für den Wert 0, Gelb für den Wert 1 und so weiter. Bei der Definition der Menge wird dem ersten Wert also automatisch der Wert 0 zugeordnet. Und bei allen weiteren Elementen in der Menge wird der Wert dann um 1 inkrementiert. Die Zuweisung dieses Integer-Wertes kann man auch beeinflussen. Hier zum Beispiel beginnt jetzt die Zählung also bei 10. Man kann auch in gleicher Weise jedem Element der Menge eine Ganzzahl zuweisen. Das sieht man jetzt noch hier. Etwas unhandlich ist hierbei noch der Name des Datentyps. Also gemäß dieser obigen Deklaration setzt sich der Datentyp also aus dem Schlüsselwort Inam und dem Bezeichner, hier Farbe, zusammen. Komfortabler wäre es ja aber, wenn der Datentyp einfach nur Farbe hieße. Und das erreicht man durch eine Typ-Neudefinition, die man mit dem Schlüsselwort Typedef macht. Bei dieser Typ-Neudefinition ist jetzt wichtig, dass der Name des Typs hinter die geschweiften Klammern gestellt wird. Und bei dieser Form dieser Definition heißt der Datentyp nun also tatsächlich Farbe. Wir können also bei der Variablen Deklaration das Schlüsselwort Inam entfernen. So, dieser neue Datentyp Farbe kann jetzt im gesamten Programm verwendet werden, weil der Typ global definiert ist. Genau wie bei einer globalen Variablen wird eine Typendefinition dann global, wenn sie außerhalb aller Funktionen erfolgt. So also wie hier. Man könnte einen Typen auch lokal definieren, zum Beispiel in der Main-Funktion. Aber in einer anderen Funktion wäre dieser Typ dann unbekannt und könnte dann eben nicht mehr verwendet werden. Da sehen wir also hier, der Bezeichner Farbe ist hier nicht definiert, weil die Typendefinition eben lokal in der Main-Funktion erfolgt. Und der Typ dann eben auch nur in der Main verwendet werden kann. So bis hierhin ist also klar geworden, wie man einen eigenen Aufzählungsdatentypen definiert. Jetzt bleibt noch die Frage zu klären, wofür man sowas denn genau gebrauchen kann. Und ein Anwendungsfall ist, dass man über einen Aufzählungsdatentypen die Zustände beschreibt, in denen sich ein System oder ein Programm befinden darf. Ein Beispiel für ein solches System, das abhängig vom Zustand etwas anderes macht, ist eine Ampel. Die schaltet nämlich je nach Zustand ein anderes Lichtsignal ein. Und die Reihenfolge, in der die Zustände wechseln, ist klar definiert, wie das hier auch in der Abbildung gezeigt wird. Die Ampel wechselt also immer zwischen den Zuständen grün-gelb, rot und rot-gelb. Und dann wieder nach grün, von woraus dann der Zyklus wieder von vorne beginnt. Hier werde ich jetzt ein Programm schreiben, das das Verhalten dieser Ampel beschreibt. Und der Quellcode soll dabei klar strukturiert werden, sodass die einzelnen Zustände, also grün-gelb und so weiter, und die Zustandsübergänge sauber dargestellt sind. Und dazu erweitere ich zunächst einmal die Typendefinition von Farbe um das Element rot-gelb. Und in der Main-Funktion lege ich jetzt zunächst einmal eine Variable vom Typ Farbe an, die den Zustand der Ampel speichert. Bevor ich jetzt die einzelnen Zustände programmiere und die Übergänge dazwischen, schreibe ich zunächst einmal eine Do-While-Schleife, die dafür sorgt, dass das Weiterschalten der Ampel über eine Tastatureingabe gesteuert wird und die Ampel so lange weiterschaltet, bis ein X eingegeben wird. Und innerhalb dieser Do-While-Schleife werden jetzt durch ein Switch-Case die einzelnen Fälle, also die einzelnen Zustände, unterschieden. Die Zustandsübergänge werden dabei durch die Zuweisung des jeweiligen Folgezustands an die Variable E-State realisiert. Wenn E-State also aktuell den Wert grün hätte, wäre dann der Folgezustand gelb, weil der Wert gelb hier eben zugewiesen wird. Und wenn man dann erneut, also im nächsten Durchlauf der Do-While-Schleife die Bedingungen im Switch überprüft, landet man im Fall gelb. Und so geht das weiter, bis man vom Zustand rot-gelb wieder nach grün springt. So, und hier kommt einmal die Demo dieses Programms. Natürlich hätte man dieses Programm auch ohne die Definition eines Aufzählungstypens schreiben können, in dem man E-State vom Typ Integer gewählt hätte und für jeden Zustand einen anderen Wert definiert hätte. Das hat aber den Nachteil, dass die Fälle dann nicht mehr sprechend und eindeutig beschrieben werden und auch die Zustandsübergänge nicht mehr so leicht nachvollziehbar sind. Das hat aber den Nachteil, dass die Fälle dann nicht mehr so leicht nachgrünigt werden.